Ohoho, der Kompass. Er zeigt dir, wo du die Schätze blablabla. Toll. Und jetzt? Jetzt muss ich wieder zurückkommen, oder was? Na toll. Warte mal. Halt. Tot. So. Hier ist doch bestimmt ein Schlüssel drin. Ich brauch doch noch einen Schlüssel. Was? Ach. Kompass kann doch wohl nicht wahr sein. Ein Rubin. Ja, spring daneben. Ja, egal. Ich bin wieder am Anfang. Aber hier muss doch... Ne, da ist nur die eine Truhe. Da ist nur eine Truhe. Bestimmt wieder nur ein Rubin. Und die Viecher hier leben wieder. Aber jetzt können sie mir ja nicht so viel anhaben. Das ist ja auch praktisch. Hier ist eine Truhe. Was? Alter, wie kriege ich denn die bitte weg? Da ist bestimmt ein Herz da, weil ich diesen nicht so einfach kaputt machen kann. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Äh, jetzt war ich ja schon hier. Habe ich schon einen Schlüssel? Ne, ich habe doch keinen Schlüssel. Oder habe ich einen? Habe ich einen gefunden? Ne, ich habe einen Kompass jetzt. Bringt der mir was? Jetzt weiß ich, wo die Truhe da ist. Warte mal. Werde ich mal mitner? Da ist eine Truhe. Da ist bestimmt der Schlüssel drin. Wer buddelt denn Truhen im... Verbuddelt vor allem, der Schnee ist ja dahingedingst. Aber... Hingedingst. Dahingeschneit, aber trotzdem. Wer macht denn sowas? Fühl doch nochmal bitte. Fühl doch nochmal richtig bitte. Danke. So, jetzt öffne bitte die Truhe. Danke. Nein, nein, nein. Da geht doch... Mann, Link! Alter! Diese Steuerung, ne? Also... Diese blöden Mistwächer hier. Alter, ich habe den doch nochmal getroffen. Warum geht denn das nun wieder nicht? Öffnen. Yeah, ein kleiner Schlüssel. Er öffnet die Türen, dann ist es nur hier. Wunderbar. Zum Menschen werden. So. Jetzt bitte einmal hier durch. So, und dann brauche ich hier bestimmt... Kriege ich hier eine Kanonenkugel oder sowas. Bestimmt, ich weiß es noch nicht. Ja, hier kriege ich Kanonenkugeln. Und da... Kann ich nicht hoch. Okay. Hier kann ich hoch, aber da oben sind... Nee, hier kann ich nicht rüber, ne? Nee. Nö. Muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich... Na gut, nehmen wir die doch mal mit. Und gucke mal. Was haben wir denn? Ach ja. Hebel. Hallo. Greifen. So. Dann bitte ablegen. Genau. Und jetzt hier wieder durch. Toll. Und jetzt wollen wir nochmal hier... Alter, warum leben die schon wieder alle? Diese Mistviecher. Mann, ich hasse sie. Ich hasse diese Viecher. Hatte ich die nicht... Ach ja, ein blauer Rubin. Natürlich. Natürlich. Toll, Link. Einfach, einfach wunderschön. Ein blauer Rubin. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. So, jetzt lass mich hier bitte einmal die Kugel holen. Jetzt ist der... Der hinter mir da. Dieses Drecksvieh. So, Kugel, 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 Kugel. Greifen, genau. Hier gibt's, glaube ich, auch keine Herzen in dem Dungeon. Also, die kriegst du alle nur durch... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Nee, jetzt... Ach, das ist ja auch nur langsam. Ist ja trotzdem nicht schneller. Egal. So. Laden. Und jetzt bitte einmal... Ach ja, Bomben brauchen wir ja. Moment. Halt. Da rein. Oha, Hilfe. Ha, kaputt. Ach, gucke mal, was da ist. Eine... Ding. Du, jetzt. Fünf Bomben. Ach, schön. Gut. Ich muss natürlich auch in die andere Richtung feuern. Dazu müsste ich aber erstmal die umdrehen. Ich kann doch hier mal durch. Und da kann ich nicht durchfeuern. Da ist ja eine Mauer. Okay, ich dachte, da wäre jetzt Eis. Ist ja gar nicht. Leider. Na gut. So, du bist... Was ist das überhaupt? Sieht aus wie ein dreiköpfiger Hund bloß aus Eis. Und jetzt habe ich natürlich... Ach, die Kanonengucke liegt doch jetzt da hinten, ne? Hä? Die liegt ja gar nicht. Ach, da liegt sie. Hinter der Kiste. Ach Gott. So, na dann. Hier bitte einmal rein. Rein. Nein. So. Ha. Stirb, du Mist. Wie? Ha. Guck mal, tot. Na sowas. Ups. Upsala. Ach, jetzt sind da wieder so nötig, die mir da rauskommt. Hätte, die kommen immer neu, ne? Ach komm, weißt du. Ne. Ah, Mann. Ich darf doch mal schneller durch den Schnee. Ist das schlimm. So, jetzt einmal hier rein. Yeah. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Oh, wie toll. Ach, endlich wieder Wärme hier. Und, ach, gucke mal, ein Ritter. Och, ach, gucke mal, ein Ritter. Und nein. Das war so klar. Was bist du denn bitte? Alter, was? Wollte Buziwob machen? Wenn ich das wüsste. Was macht der denn jetzt? Ich kann ihn ja offensichtlich nicht einfach treffen. Das geht ja nicht. Scheiße. Er kann mich einfach treffen. Das geht natürlich immer. Müsste ich vielleicht mit... Ne, das bringt ja überhaupt nichts. Ähm. Schild? Schild. Legt dein Schild. Das bringt auch gar nichts. Na toll. Hä, sag mal. Bin ich jetzt schon wieder... Ach, guck mal. Ich muss... Ich kann den Zeiger auf dem Bildschirm richten. Toll. Ich kann da hoch. Bringt das was? Ich kann mich nach unten bewegen. Das bringt es auch irgendwie nicht. Ja, toll. Ja, Link. Steh erst auf und sterb dann nochmal. Äh, na toll. Wo... Wo liegt der denn schon wieder? Ist ja unfassbar. Wie geht denn dieser Boss überhaupt? Noch einmal. Ich weiß nicht, wozu die Dinger da gut sind. Wie soll ich das auch wissen, bitte? Mann. So, jetzt. Ich hab keine Ahnung. Ich würde gerne... Ne? Aber... Warum kann ich dich jetzt... Warum geht das nicht? Geh kaputt. Du auch. Toll. Schön. Der wirft ja auch nicht mit seinem Morgenstern. Das ist das Problem. Wieso tut er das nicht? Der schwingt ihn nur rum, aber der wirft nicht damit, dass ich ihn mal damit... Da, guck mal. Vorhin hat er geworfen, aber jetzt schwingt er nur rum. Die ganze Zeit. Tust du nochmal irgendwas? Oder wirfst du den vielleicht mal? Nö. Gar nicht. Der wirft den echt nicht. Ich komm doch gar nicht an den ran. Jetzt... Jetzt wirft er den. Toll. Okay, muss ich anscheinend weit weg. Verstehe. Hallo, ich bin weit weg. Wirf doch mal bitte. Wirf doch mal bitte. Der kommt mir etwas zu nahe. Au, das hat geklappt. Ach, Mann. Alter, wie soll das gehen? Erstmal... Erstmal... Einmal... Dings habe ich ja noch. Yeah, fünf Herzen wieder. Ach, wie toll. Und jetzt... Wirf doch mal bitte. Ich... Ich sehe den gar nicht. Das ist blöd. Link, lauf zurück. Lauf jetzt... Lauf ich einfach die ganze Zeit, weil... Bitte einmal werfen. Bitte werf doch... Wirf doch mal bitte. Das wäre richtig toll. Hallo. Hallo. Mann, der verarscht mich. Hallo. Werfen. Schon mal was davon gehört? Warum schwingst du da ein Teil immer rum und wirfst damit nicht? Das klingt auch schon wieder falsch. Mann. Nicht durchgekommen. Wollen wir uns bitte nochmal werfen? Hallo. Alter, ich kriege eine Krise. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich glaube, ich muss nur von hinten irgendwie. Ich weiß es aber nicht genau. Aber ich muss so. Wirf doch mal. Mann. Alter. Der zieht nur den Kampf in die Länge. Ach, Mann. Ach, komm. Wie kann er mich denn... Das ist ja... Ups. Was macht der denn da? Hä? Was machst du da? Ey, was ist dein Problem, ey? Genau. Jetzt so. Jetzt... Nein. Weg. Schnell weg. Schnell durch. Wow. Jetzt wirft er... Wow. Was trifft er überhaupt? Aua. Also Link trifft Link überhaupt? Ich weiß es nicht. Sieht ja nicht so aus. Irgendwie. Ne? Jetzt... Ach, scheiße. Nochmal weg. Komm schon. Jetzt wirf nochmal, bitte. Ich bin noch weit genug weg. Jetzt wirf doch mal. Ach, jetzt auf einmal kann er mich sogar treffen. Während ich da durchfliege. Was ist das denn? Höh, sieht ja komisch aus jetzt. Naja. So, jetzt... Ähm... Game over. Toll. Ich habe... Jetzt ist es ja unfassbar. Noch einmal natürlich. Ich muss ihn an seinem Schwanz treffen. Das klingt auch schon wieder falsch. Ihr wisst, was ich meine. Mann. Alter. Es ist ja... Also... Also hier weiß ich auch gerade gar nicht... Ach ja. Ich kann übrigens auch abkürzen. Theoretisch. Aber seltsamerweise trifft er immer den da. Komisch. Naja. So, jetzt... X. Ähm... Ich möchte gerne einmal, bitte. Ja, ich würde gerne. Guck mal, jetzt ist ein guter Zeit... Link. Warum bleibst du stehen? Warum greifst du nicht gleich an? Bist du blöd oder so? Link ist wieder richtig bekloppt. So. Also wie immer. Richte den Zeiger auf dem Bildschirm. Ja, tue ich doch. Ah, jetzt habe ich ihn einmal mehrmals getroffen sogar. Ich sollte weg. Mann, Alter. Wie scheiße. Das ist ja einfach. Ups. Jetzt habe ich dagegen gekullert. Na toll. Oha, ich sollte auch wieder weg. Komm, wirf nochmal. Genau. Und jetzt... Hilfe. Komm, wirf nochmal werfen, bitte. Nochmal werfen, bitte. Jetzt tut er es wieder nicht. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Wieso hat er mich schon wieder eigentlich getroffen? Ich verstehe das nicht. Mann, ich... Du wirfst auch nicht, ne? Du willst mich doch verarschen. Manchmal trifft er mich, manchmal trifft er mich nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Was soll ich denn machen? Ich muss ja irgendwie durch. Ich kann einfach durchkullern. Ich hole mir jetzt mal Suppe, weißt du? Ich heile mich jetzt mal. Und dann mache ich das nochmal, wenn ich geheilt bin. So, jetzt... Ach, Mann, jetzt ist er wieder in dem tiefen Schnee hier. Och, Link. Mann. Ich will hier durch. Das ist echt. Also, das ist ja ein Traum einfach. So, ich packe schon mal die Suppe. Warte mal, halt... Da und da. Machen wir mal hin. Zurück und dann... Ach, was ist denn das? Das ist schon wieder geworden. Jetzt, genau. Und jetzt, äh... Dahin. Bitte einmal, genau. So, ich... Ich bin so schlecht irgendwie gerade. In dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, warum. So, jetzt darf ich mir hier wieder 10 Milliarden mal anhören, dass ich Suppe eingesammelt habe. Was auch total toll ist. Fähne ich das eigentlich auch direkt? Ja, ja, weiter, 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 weiter. Das geht natürlich nicht direkt. Ach, egal. Lala, du füllst nur mal eine Suppe in deine... Ja, ist ja gut. Mein Gott. Muss... Muss das jedes Mal dastehen? Alter. Ich weiß das. Die riecht bla. Ah, ich will das überspringen. Bitte lass mich das über... Genau, jetzt trinkt er die. Das wollte ich gar nicht. Na, muss ich sowieso. Egal, so, dann trinken wir die auch nochmal. Und jetzt dürfen wir die nochmal reinfüllen. Ach, schön. Lolo, du füllst nur mal eine Suppe in deine Flasche. Lese irgendeinen bekloppten Text, der jedes Mal gleich ist. Einfach nur, weil... Weil das toll ist. Alter. Ja, ich... Warum kann ich diesen Text nicht schneller wegklicken? Ist doch scheiße. Warum kann ich jetzt nicht wechseln? Mann, Mann, Mann. Hier kann ich doch jetzt so... Lass mich bitte... So, was soll... Was sollen eigentlich die Punkte da sein? Ich glaube, das sind die Kanonenkugeln, oder? Hallo, Hilfe. Alter, Link, du bist doch gar nicht im tiefen Schnee. So, jetzt... Wie langsam der einfach ist. Ist ja echt schön. Na gut, so, jetzt wollen wir doch mal einfach mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen. Ja... Krieg ich auch nicht über... Doch, kann ich. Komm, wirf doch mal. Würdest du nicht mal werfen? Wirf der eigentlich auch, wenn ich durchkullere, oder muss ich wirklich oben? Ich weiß das nicht. Ich müsste auch auf der anderen Seite durchkullern, vielleicht. Der wirft aber so gar nicht, ne? Ne. Richtig, die... Mach, Link. Weg da, so. Ach, du Heilige. Na, das kann ja noch etwas dauern hier. Das ist ja ein Traum, einfach, wie gut ich wieder bin. Das ist echt... Ich versage heute irgendwie die ganze Zeit, ne? Das ist unfassbar. Was ist denn heute nur los? So, jetzt wirf doch genau, jetzt wirf mal, so. So, ich glaube, ich sollte weg. So, jetzt lass mich bitte, lass mich bitte, lass mich bitte. Nein, du bist noch nicht nah genug. Zu weit weg, wollte ich sagen. Ah, hat das geklappt. So, warte. Wieso trifft er da wieder nicht? Mann, dick... Kuller noch gegen Zaun, ist auch mal toll. Lalalalala, ich muss mich hier konzentrieren, deswegen bitte ich ein bisschen... Nein? Darüber, danke. Na, geht doch. Ist ja schlimm. So. Jetzt ist er tot. Na, siehste. Also, liebe Kinder, wenn ihr jemanden... Ne. Wenn ihr irgendeiner fiesen, fiesen Echse begegnet, einfach auf ihren Schwanz schlagen. Ne, weiß ich nicht. Was war das überhaupt? Wahrscheinlich eine Echse? Ich hab keine Ahnung. Gibt's ja auch die Frage, ob's echt Echsen... Echsen-ähnliche Lebewesen gibt, die genauso intelligent sind wie Menschen oder noch intelligenter. Oder generell überhaupt intelligent sind halt. Ihr wisst, was ich meine. Oder ob's nur Humanoide gibt. Wer weiß das schon. Hm. So, jetzt könnte ich hier etwas... Ja, wie komm ich jetzt da durch? Ähm.